Wunderbar Herzlich Willkommen zu Pro Evolution Soccer 14 vierten Spiel in der UEFA Champions League heute mit FC Bayern gegen PSW Eindhoven Willems Die Pay Robin kämpft da gut und drängt den ins aus Müller Spieler des Teams eigentlich Robin macht das gut macht das gut, er ist heiß Flanke Müller Boah, da muss er nachsetzen Geht ja schon gut los jetzt Toni Kroos Ribery muss da dran kommt da nicht dran Müller Toni Kroos kämpft gut und da spielt der für Spiele erstmals aus sicher ist sicher Lahm Robben Robben immer noch Stark jetzt Philipp Lahm Philipp Lahm Flanke und da steht keiner da steht einfach keiner Boah, Dante rauscht da vorbei aber Alaba das war Ball meine Fresse Lass mich verarschen das war zu 100% Ball 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 zuerst Boah zum Kotzen na gut Schirr ist halt ne was soll man denn erwarten Strottmann um Matafs naja Robben Toni Kroos Ribery auf Müller Müller das ist 1 zu 0 Thomas Müller mit dem 1 zu 0 für den FC Bayern München wird das unser neuer Torschützenkönig und Flussbach wird Bayern die Champions League verteidigen das weiß man ja auch noch nicht und in echt sind sie ja auch Champions League sie geworden was man auch nicht geglaubt hat obwohl die sie haben sehr sehr gut gespielt im Finale ja gut hätte Dortmund auch gewinnen können hat ja halt das Fändchen Glück gefehlt das Bayern dann endlich mal wieder hatte Schweinsteiger kann man nicht klären Müller jetzt wieder Müller Manzukic Ribery Manolev kommt da nicht dran jetzt Ecke es gibt ne Ecke Toni Kroos Toni Kroos mit der Ecke Manzukic Lahm Boah der wär gut gewesen aber gut abgeblockt vom Abwehrspieler von Eindhoven Toni Kroos jetzt Schweinsteiger Müller nicht Dante mit dem Kracher ja gut wenn du kein Konter haben willst willst du halt kein Konter haben ne haben die sich auch gedacht ja Ribery schafft das da nicht durchzukommen jetzt Schweinsteiger Toni Kroos Müller Zuckic auf Schweinsteiger Robben mit dem Kopf schafft es nicht den Ball ins Tor zu köpfen war auch ein sehr sehr spitzer Winkel aber so langsam nehme ich Fahrt auf mit Bayern wirklich schwer wird jetzt AC Mailand aber die machen auch nicht wirklich irgendwas Eindhoven Marcelo jetzt der Innenverteidiger Toni Kroos Manolev Mahe kommen kommt dann alle nicht dran Williams jetzt Lham Lham macht das clever kommt aber nicht vorm Aus noch dran ob ich das gesehen hätte als wäre es davor gewesen Blah uh Williams na Lham Tromm Schweinsteiger Schweinsteiger auf Ribéry da kommt er nicht dran Dante Alaba Toni Kroos nein Schweinsteiger ist das der da kämpft Ribéry uh da müsste es Freistoß geben komm das kann man mal pfeifen Schweinsteiger Ribéry Schweinsteiger Manzukic auf Ribéry ah da könnte ein bisschen weit sein ja den kriegt Ribéry nicht stark gedacht von Manzukic aber Ribéry kriegt diesen Ball nicht 30 Minuten gespielt jetzt Matavs Strottmann auf Mandulev Ribéry kommt da nicht dran Hiachaka oder so Depay gegen Lham Robben stark Manzukic jetzt muss schnell gehen Müller Manzukic Belems da kommt er nicht durch Toni Kroos Schweinsteiger Robben Arbeit von Robben und ich glaube Schweinsteiger waren das mit dem Doppelpass und Robben da mit der starken Flanke Manzukic Manzukic hat er gerade gesagt und jetzt Depay oder Depay Strottmann Alaba Ribéry oh den kriegt Ribéry nicht aber da ist Müller wie immer Müller 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 ist an Feuer Müller oh der wäre sogar noch gefährlich geworden die Flanke uiuiui Titan jetzt mit dem Abschluss 40 Minuten jetzt gespielt Dante Schweinsteiger Toni Kroos wow Strottmann jetzt Machia stark Müller Lahm wollte ich sagen Machia jetzt Lahm muss da dranbleiben Toni Kroos macht das gut schlechter Pass aber Boateng ist da Boateng ist da sag mir doch dass Boateng da ist ups das gibt rot Robben hoppla das muss eigentlich rot geben gibt mir rot ja da bin ich ausgesehen auf die B-Taste gekommen Niete dann den Spieler von PSW um kriegt die rote Karte verständlich Müller auf Mann zu Kitsch der kommt nicht durch aber Müller ist wieder da ja ich muss mal kurz wechseln ich brauche jemanden rechts Kommt Toni Kroos jetzt mal raus gegen Robben tauschen dann kann ich eigentlich Müller und Toni Kroos tauschen ja dann geht das jetzt Müller mit dem Einwurf Lahm Ripperie kommt nicht dran Halbzeit 2 zu 0 für FC Bayern München ja ja so ist das zweite Halbzeit starten Mann zu Kitsch Toni Kroos Kobari Kobari macht das gut im ersten Moment will er dann doch den Ball Boat Heng kommt nicht dran Schweinsteiger jetzt stark Schweinsteiger macht das besser als Boat Heng ja da gäbe es schon wieder Freistoß aber er lässt laufen Schiri lässt laufen das Spiel Boat Heng Matavs kommt da nicht dran jetzt nur mit dem Abschluss Mann Sukic kommt da nicht dran Mach er jetzt Strautmann Boat Heng rennt ihn einfach um muss zu sein muss den stoppen da war in der Mitte alles frei gibt's Gelb es gibt kein Gelb zum Glück naja stark gehalten da oben steht Ribéry er ist Dante noch frei Dante stark mit Alaba ja jetzt kommt Müller nicht da dran Matavs Maher stark Schweinsteiger boah meine Hüte gibt mir doch immer den hinteren Matavs stark Dante nein nein boah was war das denn ich kenne den Spieler ich kenne die Spieler nicht das ist unglaublich der einzigen den ich kenne ist äh Strautmann muss ich jetzt ehrlich mal sagen Mann Sukic lässt durch auf Toni Kroos Rabarie kommt da nicht dran ist so nicht groß oh der könnte gefährlich werden aber ein Stück weit der gibt mir bald mal Alaba meine Güte Dante Alaba Schweinsteiger boah schlechter Pass Dante oh kommt da nicht dran jetzt Alaba hätte auch ein 2-1 sein können jetzt kommt der Wechsel der Wechsel jetzt kommt auch bei mir der Wechsel ich brauche jetzt mal einen richtigen Fliegelspieler Toni Kroos kommt jetzt mal raus ich schackiere jetzt mal rein äh jo kann man eigentlich so lassen ne ja also mal so jetzt kommt nur Shakiri rein gegen Toni Kroos Anzukic Kopfball kommt da nicht dran ich weiß der Gerber Shakiri Shakiri hat ihn Shakiri hat ihn muss nur noch zum Abschluss kommen was er dann kommt aber nichts draus macht Boateng Alaba Fliegelspieler Alaba Kroos 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 Verarscht da gut Machia Monsukic Shakiri ja Lam Boah der wäre gefährlich gewesen Machia jetzt Ribery Tor so schnell konnte ich jetzt gar nicht reagieren deswegen hab ich nichts gesagt ich hab mich jetzt voll voll wie soll man sagen ähm voll mitnehmen lassen vom Spiel weil das war jetzt echt ne gute Kombination und da steht 3-0 Eindhoven muss jetzt so langsam mal reagieren ich glaub aber es ist schon längst zu spät Shakiri auf Monsukic der ist durch Boah Monsukic übertreibt er direkt schade jetzt titern Schweinsteiger Mano Manolev Ribery kämpft er stark kommt da nicht dran Willems jetzt Shakiri der ist frisch rennt allen davon Marcelo macht jetzt nicht aus zum Glück ich glaub sonst wäre Shakiri nicht ausgelaufen Müller ich drück Manolev Yuzonev oder so Yuzon Boah der hätte durchgehen können Baku Maher Baku wieder Musst da jemand hin Lahm komm komm Willems Oh Taiwan Schweinsteiger auf Ribery Villa sieht man Sukic da laufen schickt ihn Oh Lahm ist nicht schnell genug hinten kriegt den Ball nicht Manolev Das ist Schweinsteiger Boah da gibt's einen Freistoß und eine gelbe Karte gegen Mahir ich glaub Mahir ist Kapitän Negan Strottmann Strottmann ist Kapitän gelbe Karte gegen Strottmann äh Shakiri schießt nicht sondern schießt immer Schweinsteiger schießt da über die Lücke drüber nach links Latte unglaublich Müller Wow Treffe ich einfach mal die Latte Wow was für ein Freistoß Shakiri Marcello macht das stark Toilboden Schweinsteiger kommt da nicht ran ist gefährlich jetzt das könnte ein guter Konter sein Mahir jetzt Dante Boah macht das aber wieder gut Lahm Müller Shakiri Müller Müller auf Lahm der kommt da dran Philipp Lahm Boah da wollte er jetzt ein Tor schießen der Lahm und Shakiri mit der Ecke Ribéry Kopfball Boah der wäre gefährlich gewesen Stark Lahm kommt da nicht ran Bakali Bakali Williams Lahm Nein Bakali Bakali ist immer noch im Ball Besitz und jetzt Willems mit der Flanke Neuer wäre da gewesen glaube ich ja gut passt doch Dike zum Gegner hat Shakiri dann getan Manulev Stark Alaba was Freistoß Ribéry oh jetzt gibt es Handgemenge aber hier voll hier Manulev und Neuer jetzt macht es nochmal schnell Manzukic aber Abpfiff 3 zu 0 gewonnen und das ist das Zeichen dafür dass wir in der nächsten Runde sind Gruppenphase überstanden jetzt heißt es nur noch als erstes oder als zweites in die nächste Aufgabe schlittern mir wäre es ja ganz lieb als erstes in die nächste Aufgabe schlittern dann kriegen wir nämlich den zweiten von der anderen Gruppe aber wer weiß gut der AC Mailand hat auch gewonnen also sind wir noch nicht erster wow alles klar jetzt direkt gegen AC Mailand so ich sollte mal ein Folgen bei euch hier machen wir sehen uns dann nämlich im nächsten Part wieder von PES 14 bis dahin macht's gut ciao